Moin Moin Leute, mein Name ist Lexus und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Maximum an XP grinden könnt. Beziehungsweise gleichzeitig auch einen eurer Herstellungsberufe damit hochpusht. Ja und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Ich zeige euch den Aufbau, zeige euch was ich vorbereitet habe und dann legen wir auch schon los. Also, als allererstes habe ich 8 Ambosse hier stehen. In diesen 8 Ambossen sind jeweils 160 Eisenbarren drin, 40 Rohfleischfresser und 120 Leinen vorbereitet. Wir craften gleich permanent die Eisenklamotten, also sprich die Rüstungspolsterung, Rohreisenbeinschienen. Rohreisenbeinschienen ist die falsche Übersetzung, also die Brust, die Schuhe und den Kopf. Und das machen wir an 8 Stationen gleichzeitig. Ihr, wie ihr seht, komplett alle schon vorbereitet. Alle sind vollgepackt mit Material. Hat natürlich ein bisschen was gedauert, das ranzukholen, aber es sollte möglich sein. Zuzüglich, damit ihr wirklich das Maximum rausholen könnt an XP. Geht ihr an euren Gilden Grenzmarkierer, dann unter Sägen und holt euch einmal den 64% XP Boost und den 94% XP am Boost. Genau, die aktivieren wir jetzt und dann würde ich sagen, let's go, wir grinden unseren Beruf hoch. Ach, bevor ich es vergesse, ich werde euch noch zeigen, auf welchem Stand ich aktuell bin. Ich bin bei Level 45 mit 35.856 XP. Okay, das schauen wir uns nachher an, wie viel ich danach habe. Und meine Fertigkeit in Waffenschmied ist bei 188. Meine Hoffnung ist, dass wir die ersten 450 damit komplett durchpushen. So, wir aktivieren jetzt auf jeden Fall den Sägen und dann bis gleich. So, an dieser Stelle habe ich alle Ambosser eingestellt. Ich habe jetzt insgesamt zweimal das komplette Set am Craften und an den letzten beiden Ambossen mache ich die Brust zweimal. Warum? Ganz einfach, die Brust ist das Item, was am meisten Schaden nimmt, wenn ihr gegen andere NPCs oder Spieler kämpft. Dementsprechend crafte ich die Brust einfach öfters als alle anderen Items. So, und wir gehen jetzt hier einfach an den Amboss ran und unterstützen den, sodass die Zeit auf jeden Fall geringer ist wie normalerweise. Und so bekommt ihr auch die XP, die ihr haben wollt. Wir warten jetzt die 2 Minuten 15 ab, haben natürlich dann Vorsprung gegenüber allen anderen Ambossen. Ist aber nicht schlimm, das ist wichtig, sodass ihr einen gewissen Zeitversatz bekommt und auch die Chance habt, überhaupt an die Ambosser ranzugehen und die XP abzugreifen. Das ist das Ziel, dass wir an jedem Amboss die XP abgreifen von der Herstellung des Items. So, das erste Item ist hergestellt, 947 XP. Wir gehen an den nächsten Amboss ran und verringern da auch noch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, Leute, wir sind am Ende angekommen. Hatten ca. noch knapp 10 Minuten über von den Buffs, denn ich musste jetzt tatsächlich an dieser Stelle schon abbrechen, denn wir haben die 450 Waffenschmied erreicht und ich müsste jetzt erstmal zum Rebellenlager und dort meinen Skill erhöhen, damit ich wieder bis 600 skillen kann. Deswegen habe ich an dieser Stelle jetzt abgebrochen, deswegen habe ich an dieser Stelle jetzt abgebrochen, auch wenn ich die beiden vollen XP Buffs dadurch nicht mitnehme, finde ich aber nicht so schlimm. Ich kann euch auch noch zeigen, wir sind jetzt wieder bei 36.491 XP angekommen, das heißt, ich habe ganz knapp über ein Level gepusht, was sich auf jeden Fall gelohnt hat auf dem Level, denn 82.000 XP gilt es zu erreichen für ein Level. Das macht man halt nicht mal eben in 10 Minuten. Ich habe jetzt 50 Minuten gebraucht für ein Level, also definitiv sehr lukrative Möglichkeit, um eben zumindest einmal am Tag die XP Boosts auszunutzen und ein Level zu pushen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn ihr dann nicht diese Segen Buffs habt, lohnt sich dieses System, denn mit 8 Ambossen haben wir gemerkt, oder ich habe persönlich auch gemerkt, man hat immer wieder zwischendurch ein bisschen Spielraum, also 20, 30 Sekunden, wo ihr dann wirklich auf den Amboss einhaut und auch Zeit habt, unter euren Fähigkeiten nachzuschauen, wie weit ihr schon seid, ob ihr hinkommt, ob ihr zwischendurch abbrechen müsst, war auf jeden Fall sehr angenehm. Kann ich nur empfehlen, ich würde euch auch tatsächlich davon abraten, mehr zu benutzen als 8 Ambosse, weil es zwischenzeitlich, gab es auch mal so ein paar Stellen, da hatte ich gerade mal einen Spielraum von 3-4 Sekunden und solltet ihr einmal aus diesem Rhythmus rauskommen, ja, wisst ihr selber, dann fehlen euch die XP, es fehlen euch die Crafts und so weiter und so fort. Also ich würde davon abraten, mehr als 8 davon zu benutzen. Ich muss jetzt auf jeden Fall zum Rebellenlager, muss meinen Skill erhöhen und dann kann ich hier tatsächlich weiter Craften, denn ich habe Material herangeschafft für insgesamt 40 Crafts und wir haben circa, ich müsste jetzt mal nachgucken, wir können hier jetzt noch 30 machen, das heißt wir haben von allen Items circa 10 hergestellt, an allen 8 Ambossen, genau. Und ja, ich könnte jetzt mal eben locker noch auf 600 pushen, das mache ich auch gleich nach dem Video. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr konntet daraus ein paar Erkenntnisse gewinnen. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich supportet, indem ihr einen Daumen hoch da lasst und ein Abo, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet, würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Ansonsten, wenn ihr eine Gemeinschaft suchen solltet, wir sind aktuell 20 Leute bei uns in der Gilde drin, sind eine PVX-Gilde, sprich wir haben auch vor PVP zu machen, darüber wird es auch Videos geben. Also solltet ihr Interesse haben, einfach unten in der Description nachgucken, da findet ihr einen Discord-Link, schaut bei uns auf dem Discord vorbei, sprecht mich an, gar kein Problem. Mit der einzigen Ausnahme 18 Jahre plus. Achso, und bevor ich es vergesse, wenn ihr andere Videos haben möchtet, beziehungsweise bestimmte Tutorials, haut mir das gerne unten in die Kommentare rein. Ich werde schauen, was sich machen lässt und ja, jetzt bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.